Leistungsstark. Produktiv. Vertraut. Getestet. Vielseitig. Jetzt auch elektrisch. Der Toro e-Dingo elektrischer Kompaktnutzlader. Basierend auf der bewährten Dingo 323 Plattform. Mit allen seit Jahrzehnten bewährten Funktionen. Jetzt auch für Aufgaben im Innenbereich geeignet. Ohne Benzindämpfe und ohne Abgasemissionen. Sauber und leise. Der Toro e-Dingo hat viel Leistung. Mit sieben wartungsfreien Lithium-Ionen-Akkus an Bord. Das sind große Pferdestärken, was einer erheblichen Reduzierung der Arbeitskräfte gleichkommt. Und der Eco-Modus und die automatische Leerlauffunktion helfen Ihnen, die Laufzeit zu maximieren, damit Sie weiterarbeiten können, bis die Arbeit erledigt ist. Mit der Nennbetriebsleistung des e-Dingo können Sie Sack und Schreibe 234 Kilogramm heben. Stellen Sie sich vor, wie viel Zeit Sie mit dieser Art von Muskeln sparen können. Nicht markierende Vollgummireifen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden. Während der Dank des Fon-Pon-Allradantriebs schnell und einfach auf engstem Raum manövrieren kann. Und den Inch-Modus, wenn Sie ein wenig zusätzliche Kontrolle benötigen. Leistungsstarke Hydraulik bedeutet, dass der e-Dingo die meisten traditionellen Dingo-Anbaugeräte aufnehmen kann, was zu einer unglaublichen Vielseitigkeit führt. Und der e-Dingo könnte nicht einfacher zu warten sein. Einfach einstecken und in weniger als 8 Stunden sind Sie wieder einsatzbereit. Der elektrische Toro e-Dingo Kompaktnutzlader. Nur von Toro. Verlassen Sie sich darauf. Count on it.